Ich behaupte, da hat man kein C4 gesehen. Das muss mir irgendwer als Gegenteil beweisen. Hat das irgendjemand geklippt? Ich hoffe mal. Wahrscheinlich nicht. Dieb. Dieb. So, ich würde eben eine kleine Biopause einlegen. Eine Biopause? Anderes Wortes führ ich hier auf Klo. Ah. Ah. Oh. Okay. Ja. Das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Okay. Mach das mal. Dann gucke ich jetzt halt selber, ob man irgendwas sieht, ob da C4 rangeflogen kam. So, gucken wir mal. Videos. Wo sind wir denn? Da sind wir. Existiert doch bestimmt schon. So, das ist die Szene. Nee, hat man tatsächlich echt nicht gesehen, ne? Nee, da ist nix. Na komm, Klipper. Na komm, Klipper. Und da bin ich tot. Kurz hier. Ich mach euch mal kurz Sound weg. So, kurz hier das ändern, gucken, ob das passt. So, jetzt habt ihr auch wieder Sound. Und da war ein schönen neuen Clip. Ha, ha. Äh, da, 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 da. Clips and Highlights. Ich guck's gerade nach, ob das zu sehen war. Link muss man auch mit reinpacken. Also, ich hab's nicht gesehen. Sagen wir mal so. Vielleicht bin ich auch einfach blind auf beiden Augen. Blind auf beiden Augen. Ja. Jetzt auch nochmal hier reinhauen. Also, wie gesagt, ich hab's nicht für sehen. Ja, gut. Also, ich würde immer behaupten, das war zu sehen. Aha. Also, nee. Ich glaube, wir brauchen eine externe Jury dafür. Müssen wir die haben? Ja, definitiv. Also, Chat, wenn, wenn, wenn ihr aktiv zuguckt, guckt euch den Clip an. Sagt mal, ob man das C4 von dem Nura gesehen hat oder nicht. Evo war garantiert ne Warnung. Nee, 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 nee. Das ist nicht korrekt. Ach ja. Wir haben Dark Morkite für die Mining Mission. Nee. Warte mal, wir haben schon wieder. Nee, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was hab ich denn für eine Mission ausgewählt? Meine? Hatten wir nicht eben eine? Ja. Und du musst jetzt noch eine machen? Ja. Anschein'n's. Hä? Ja, sei froh. Wir haben jetzt Dark Morkite. Das geht jetzt wesentlich schneller. Da müssen wir nicht ganz schnell rumhauen. Ja, so ultraschnell. Also, ich hatte auch schon Dark Morkite. Da muss ich trotzdem bis in die letzte Höhle rein. So, 225 Morkite, ah, das geht ganz schnell. Da wird gleich einmal schnell durchgehasselt. Hm. So, wenn ich manchmal welches Level bin ich denn überhaupt? Kannst du es nicht mehr sehen? Shoot. Oh, Geschenke. Ich gleich mal drauf achten. Ich bin da schon wieder im E-Bodot sammeln. Da war doch vorhin noch erst. Nimm mich mit. Ja. Ich flieg mal nach oben, ne? Ich heb dich nicht wieder auf. So, ich bin jetzt oben oben. Ich bin jetzt am höchsten Punkt, den man sich hier überlegen kann. Mal gucken, ob mein Grapplinghook schnell genug wieder aufbläht. Ich befürchte, nein. Nein! Oh, es war so knapp. Es war so knapp. Ich konnte schießen. Ich konnte schießen, aber... Hi. Aber ich war zu schnell auf dem Boden. Help! Danke, Bruder. Es war schon echt knapp. Wäre ich hier ein bisschen weiter in die Mitte geflogen? Nein, ich weiß nicht. Ja, schon cool. Hier geht's weiter. Das Gold, das drohen wir ja nicht. Oh, was gibt's denn hier noch? Boah, jetzt blocken mich hier diese blöden Pilze. Was sprengst du denn hier alles? Ich zieh so absolut nix hier. Oh, hier gibt's Red Sugar. Nice. Oh, das ist der 11. Nein, 11 bleibt stehen. Ich bin dein Freund. Wo ist der? Äh, der ist irgendwo hier runtergelaufen. Da ist er. Der hat mich ausgelacht. Wer hat mich ausgelacht? Der 11? Ja. Habe ich nicht gehört. Ich habe ihn getötet. Das hat er verdient. Hast du schon irgendwo Morka gesehen? Ähm, tatsächlich nicht. Wann machst du den 11? Nö. Oh Gott, ich bin... Ich bin einfach genau hinter mir. I need a mule right here, right now. What do you mean, it was alive and moving? Check your oxygen, please. Elf secured. Performance point bonus activated. Die Aussage ist ja auch mal geil. What do you mean, it was alive? Tatsächlich echt spät, dass es diesmal kommt. Wird ich letztes Mal echt oft letztes Jahr. Oh, Morka halt. Aua. Kannst du hier nicht alles in Flammen stecken und so. Aua. Wer hat das gesagt? Ich? Hier liegt noch eine Axt rum. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Er setzt den Zimmermann. Er setzt, erspart. Wie auch immer. Du brauchst ihn auf jeden Fall nicht mehr. Kommt aufs gleiche raus. Wo geht's denn hier weiter? Bin gerade ein bisschen... Ach so, da. Ja, aber... Nee, warte mal. Warte mal. Das ist der Weg, den wir schon gegangen sind. Nee, du musst... Ah, du musst ein bisschen nach schräg unten rechts. Kleines Tuck. Ganz komischer Weg. So aus und durch. Bambam, 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 bambam. Mr. Sandman. Bring me in Dreamman. ich weiß es nicht irgendwo ist in das video von einem cover hier von wie heißen sie black guardian ganz witzig black guardian blind guardian mein ich war das in zweimal noch ein noch ein exploder sind denn die die kleinen fiecher weg auch gut dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad lasst mich erst hier alles reinwerfen dankeschön da ist ja noch einer boing die machen ja Aua ja schon wieder daneben geschossen warum treffe ich den denn nicht wie viele Schüsse waren das? Vier? Vier ich hab immer so gefühlt Millimeter daneben geschossen Bitter das war schon echt bitter ohohoho ich bin sofort zum Graben ich merk schon dann lieber eins der kostbaren C4s benutzen wofür hab ich das denn? pick du ja ich brauch dich für dich im Zielwasser naja ist hier viel nutze ich hauptsächlich für zwei Sachen Mining und Scouts hast du den Special Funko Pop gesehen? kannst du dir bei wie hieß das Microsoft Designer oder so kannst du dir solche Bilder generieren lassen echt witzig ich kann dir den Prompt nochmal zuschicken sieht echt gut aus finde ich die Box also die Schrift auf der Box ist manchmal ein bisschen cursed aber sonst sieht das schon echt gut aus weißt du was mir grad auffällt? warte lass mich überlegen nein was hat man nicht? ne nuke in dem Moment sterbe ich auch noch das war jetzt schlechtes Timing oh du bist auch tot warte mal wo bist du wo bist du nein bist du ne warte wo liegst du achso du hast schon aktiviert ok Vorsicht hat die Explorer ok so geht's auch so geht's auch Victor hattest du denn ein schönes Weihnachtsfest bisher ich habe gesehen ihr habt sehr lecker Gulasch gehabt ich kann probieren äh äh Keflitsch Keflitsch tot so warte mal wie haben wir das dann da da buddel ich mich mal hier naja genau da würde ich drauf gehen aber nicht um drauf zu gehen sondern um mich hier durch zu buddeln abwarten abwarten gleich packt die ich schätze wir hier so rum das so direkt mit macht zehn gegen die man klatscht ne ich bin host da passiert das sehr selten es ist mir als host schon sehr oft passiert what really? we're rich ihr seid also einer der seltenen Fälle die Weihnachten nicht so richtig feiern das ist doch auch mal was also ich bin auch nicht so der krasse äh Weihnachtsfeiertyp meine Familie macht das dann setzt man sich dazu äh mich stört es nicht man sieht die Familie immer wieder wieviel morgens hast du zufällig über aber ich brauche nicht unbedingt äh Weihnachten dafür das kann man auch ruhig mal so machen äh ich habe äh 149 wollte ich erst sagen ne äh 36 pass glaube ich we're rich yep we're rich we're rich okay ich drücke man ich war gestern tatsächlich noch so ein bisschen im stress weil ich dann nachspeisen machen wollte für heute da habe ich dann so himbeer sahne joghurt nachspeise gemacht und dann mache ich das so denke so irgendwie sehen die himbeeren ganz schön wenig aus ja ich habe auch zu wenig himbeeren da gehabt anstatt ein kilo hatte ich etwas 750 gramm und das sieht man halt auch einfach dass das dazu wenig sind und stand lieber erst mal so mutter angerufen du hast du denn noch im werden da ja hat aber alles irgendwie funktioniert auch wenn es ein bisschen stressig war nach hinten raus wo muss ich jetzt hier lang du würdest dich wieder durch oder gut zeug ekelhaft es ist so dunkel hier links weiter ist das hier richtig wenigstens ja weiter ist das hier ach ja das ging ja dann irgendwie so komisch rum hier ist ja noch körper das nehme ich mit verschwindet kusch weg 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 da kommen ja noch mehr exploder warum liegt da schon wieder c4 rum gute frage ich bin nicht drin gewesen im c4 war schön außen rum gelaufen ich bin ja jetzt nicht so dumm und ich laufe dadurch c4 durch das ist ja quatsch aufgerufen funktioniert sowas was ich ein bisschen schade finde was sie rausgepatcht haben ist dass man supply pots in stecken kann also dass sie ineinander ineinander sind und nicht übereinander du konntest durch zwei tagen wenn er cool doch vor den rufen für durch war konntest du auf einer stelle glaube ich drei oder vier supply pots decken ok das ist schon ein bisschen was wir haben die gleiche mission shield disruption war recht witzig wenn der erste hingegangen ist um die supply zu nehmen kam der nächste runter der nächste wollte ihn aufheben da kam noch einer runter ging der nächste hin um die beiden aufzuheben da kam noch einer runter sehr gut schleyerstaut nice das schönste war halt so du konntest nachher das icon das da runterkommt nicht mehr sehen weil das supply drauf war so bier sollte ich auch trinken schluck schluck ich habe ich aber ein spiel kriegt bei mein xbox account der gesagt hat der ist noch nicht einfach durch andere spieler gegangen das war das erste mal ich habe mir das video reingezogen von so einem hund scheuropraktika also generell was die teilweise machen ich bin so gleich ist der typ tot wir haben übrigens kein schild die linie erwischt so dass du auch schon gerufen da ist der letzte ich wollte gerade sagen warum wir dort noch so lange dass mein schild ich habe es auch heute echt mit meinem kurzzeitgedächtnis ich habe keine boots stimmt ich habe keine mehr wissen wie kann das denn red sugar wäre irgendwie ganz nice wieso fliegst du denn weg okay fliegt tot doch doch immerhin nur die kleinen gut dass ich da weggegangen bin gut dass ich die erde grau und keine ahnung wo die unterkommen ich hätte aber trotzdem ganz gerne mal irgendwie red sugar warte mal wo habe ich gerade leben aufgenommen anscheinend war zwischendurch irgendwo mal red sugar mit weil gut zu wissen da ist nix drin da ist auch nix drin ich habe das herz wo ist einer hin da ist er die gibt es ja hier zum glück und was was wir haben jetzt schon das kind für dich gut fest das geht noch immer gut schnell komme ich nicht drüber aber noch recht wenig ich glaube wir haben irgendwo eine menace ich hatte gerade mal jetzt glaube ich bei mir in der nähe wo ist denn der kann er sich jetzt mal bitte zeigen ist tot aber damit noch mal einmal erwischt so ein dreckswieg und wollen wir hier auch ein bisschen gold ab so was musste noch gebaut werden hier bist du gerade bei dann mache ich doch mal die hier ich will das bauen war zuerst nicht töten ein großer rolling stone natürlich keinen schaden machen kann weil meine waffen dafür ungeeignet sind oh critical weakness oh nietzsche nietzsche hört doch mal auf bis einer weint wie viel brauchst du eigentlich noch von deinem assignment weiß ich gar nicht habe ich vorhin gar nicht nachgeguckt aua geht weg die viecher sie auch noch nachladen was sollten das auch noch hier so hier sind alle dort nur noch nicht noch irgendwelche stellen die wir gar nicht angeguckt haben das sieht alles gut aus da war gerade um die zehn bootbox da konnte ich gar nicht nein zu sagen ja da macht es mal spaß mit dem granatwerfer drauf zu schießen c4 c4 ist auch okay ja das sieht gut aus ich bin übrigens voll ich habe schon mal macht das starte erst und dann gut ich hier du 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 warte mal das ist äh die pipeline hier äh daneben gesprungen ähh Mistverdammn aber warte mal hier gibt´s noch humanite und tatsächlich noch was mitnehmen richtig doch noch eine habe ich ja zum glück noch ein boomerang weil ich ja auch noch gold rum beim die 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 ich müsste mir nicht mal gucken ob ich was zulege besten 1 was da noch über voice chat abgespielt wird ja zum beispiel so von vor der flamen der herrlich flamenso hier habe ich auf jeden fall red sugar das ist gut das ist nur hier so komischen augen spinnt wohl wenn man zu gehen aber weg 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 wenn es tot ja schießt von hinten ruft der kritische weakness ist schon geil ich brauche da haben sie ihre schmachstelle du machst ja den kulett machst du dir deine eigenen stimmt ja stimmt ja also wirklich viel gibt es nicht gibt sonst resupply pot am anfang bei der base da war eine ja vielleicht quack quack war quack quack Ich kann abhauen. Jo, ich drücke mal. Quack, Quack. Und ich müsste es eigentlich mal wieder vor allem anschmeißen. Ich glaube, ich habe auch solche Sprüche dafür. Schon wieder ein Menace? Gibt es aber auch nicht. Menace tot. Das hat sich gerade gelohnt. Scheiße, wie ich eh. Ich treffe schon wieder nichts. Na, wo kommst du runter? In dem Fall hin. Ja, hier bei mir. Ah, wieso macht das ein Loch drin? Warum gibt es hier so viele Löcher? Weil das... Hurry up. Hurry up. Ähm, okay. Das Airhorn. Hast gerade ein bisschen Langeweile. Quack. Ach ja. Ach ja. Ich will mir auch mal irgendwie wieder so einen AI-Voice-Changer oder so installieren. Und ja manchmal auch ganz witzig. Kann man sprechen wie Barack Obama. Das ist aber Voice AI. Oder Voice... Ja, ja, ja. AI-Voice-Changer. Funktioniert teilweise besser wie so ein Voice-Mod. Hm. Das Problem ist einfach nur so... Die erkennen die deutsche Sprache recht schwierig. Musst du halt auf Englisch sprechen, ne? Also Scout, die nächsten Street sollt ihr einfach nur auf Englisch oder was? Auf jeden Fall. So, easy. Ah, das war die letzte. Ja, perfekt. Ja, dann ist das aber auch meine letzte Freude. Rechter, glaube ich auch. Quack. So, was gibt es denn für ein Bier? Skull Crusher. Skull Crusher. Skull Crusher. Skull Crusher. Ich will auch nicht diese verdammten Christbaumkugeln hier rumschlagen. Ich freue mich wirklich, dass du mit dir gearbeitet hast. Beep. Beep. Let's Rock'n Stone! Let's Rock'n Stone! Let's Rock'n Stone! Pace for the first round! De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de Das Röck wird uns nicht mehr sterben. Die Flamme ist nicht mehr zu halten. Wir senden dich in die Farbe. Die Schäuern zeigen, dass die Vögel besonders fröhlich von Morkite und Gold weiter. Bringt euch zurück, Leute. da kümmere ich mich drum ganze 17 es ist ja schon wieder eine morgheit mission ich weiß nicht warum der erste schuss nicht direkt getötet hat den fokus schuss im bank weg damit Das war's für heute. ach da guckt er der tun rein was geht er hatte ihn gerade mal angeschrieben wegen eventuell code names morgen hat sich gewundert dass ich code names vorschlage ich weiß nicht also ich glaube wenn man das also zu viert kann man das eigentlich auch gut spielen so code nimmst 6 ist glaube ich auch eine ganz gute zahlen 10 10 10 10 6 4 und 6 ist glaube ich ganz ganz nette zahlen da war mein ding ist nicht fertig ist das etwa ein nur im hintergrund ja das ist ein nur im hintergrund das ist mal ja trinken trinken ist tatsächlich keine schlechte hat immer eine hand auf der sd wenn es sein muss ja nee was warst du die vollkommene richtung unterwegs frechheit hier ok für die letzte mission wünscht sich der tun noch mal mit links zu spielen ich habe hier voll kabelsalat erst mal hier umbauen süßigkeiten wegschlägen so dann muss ich hier so challenge aktiv ok du beim very best bittestunde also bis maximal hat mich zum glück nicht richtig erwischt jetzt hier drei ne warte mal du bist ja im kämpfen machen wir mal auf die zwei ich habe mir einfach in die schusslinie rein hier was tun wenn du noch so so zu zwei spieler für morgen finden würde das werk glaube ich echt cool also wenn wenn du selber lust hast morgen zu spielen ich will hier weg bei tun ist pink fluffy unicorn doppelt so lang ich wurde gegrabt doppelt so lang und nur sechs mal so teuer siehst du mal ich bin tot ich habe tun ich habe einen neuen sound drin für nur 200 auch damit werde ich letzter zeit auch dauernd zu gespammt ich habe hier angefixt mit code nehmen sie Dreckstvieh! Och nee, nee, was? Achso, du hast... Hier ist von uns Dingens, hinter dir, wenn du brauchst. Ne, brauchst du nicht, okay. So, ähm... Warte mal, irgendwie... Irgendwie sitzt es noch nicht richtig hier bei mir. Das muss, glaube ich, noch weiter hier rüber. Na, das ist besser, das ist... Das ist besser, besser, besser. Hast du noch Iron Will dabei, oder...? Ich hab's dabei, ja, Ja, aber du hast es ja so schnell aktiviert. Du hast ja gar keine Chance. Außerdem spiele ich mit... Links. Da bin ich nicht ganz so schnell. Da bleib ich beim Unicorn. Oh... Tun mag Chibi-Chibi... Chibi-Chibi-Chapa-Chapa nicht. Bad Metal geht immer. Bad Metal geht immer. Das ist aber auch deutlich teurer. Und? Oh, das war die falsche Taste. Na egal. Aufhölte hinterher. Du!!! Oh, das war ein Schuss. Och... Schade hat nicht funktioniert. hier geht es weiter hier geht es weiter hier geht es weiter f und ping hier gibt es noch molly rufen schon wieder ein schluch trinken meine güte ich glaube der tun hat zu viel punkte das ist die richtige flasche ich glaube ja zum glück gerade keine gegner da trinken aber tun wirst du denn morgen dabei bei codenames oder oder eher nicht so hier ist ja molly dann kann ich mal das zeug reinpacken natürlich trinke ich mit rechts was denkst du dann hat doch nichts mit der linkshänder challenge zu tun alles wird links also ich kann mit links schreiben ich kann mit links trinken also nicht so das große problem nehmen den dintin 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 komm schon ja komm schon kaputt molly du siehst traurig aus und so weiter ich kenne immer den text nicht steck ne banane in dein ohr oder so ähnlich ja die auch frohe weihnachten tun er wünscht uns beiden frohe weihnachten nur da war ja was 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 gab es denn bei dir schönes zu essen tun gestern und heute wir müssen ja noch fester fließt töten er muss nicht fester fliehen weg gestern gekriegt regeln ist auch geil chips pommes und chips gegessen das klingt irgendwie nicht sehr gesund da steht nicht abgeschossen ich werde unterdrückt ich mache hier mal lieber geschenke auf ich weiß nicht ob ich dir da helfen kann den zu töten warte mal das klingt schnell ja manchmal ist der da echt fix aber ich habe zweimal in opel ressourcen bekommen oder tun hat neue trink alerts gemacht tun du musst immer neue sport challenges überlegen habe ich in den getroffen dafür treffe ich den der sich kaum bewegt gar nicht naja er muss jetzt teilweise beim zocken www.rucke.com hier ist er hier ist er hier ist er hier ist der die wo bist du sein wo ist der weihnachts elf hin der helfe zweck so wir haben genug morgheit auf jeden fall wir müssen noch den elften weil die bleibt mal stehen jetzt ja stopp ich muss aber noch eben weiter unten ja so eine ligestütz challenge für für tun wäre doch geil hey warte mal elf bleibt mal stehen hast du elf perfekt das ist auch noch so eine sache ich muss mir unbedingt mal irgendwie auch den streamer bot irgendwie zulegen ich glaube das ganz gut sind auch toll aber ich trau mich irgendwie nicht solche streamer challenges wie die irgendwie was mit sport jetzt ist hier nicht einfach noch ein kei fliegt vorsicht kei fliegt lebt noch über mir das ist doch jetzt ein witz so dass wir die amorten nur konzern und falls was rufen nur alan hat noch zehn hampel männer in seinem inventar ist das so da kommt ja was runter ich brauche einfach mal also ich würde glaube ich so so sport challenges reinbauen wenn ich dann auch vernünftig cooldowns mit reinbauen könnte ansonsten kommt mir das nicht in den stream rein wieso hast du angst ja einfach direkt ja brauchst du auch gar nicht tun das auch umgelebt super schön für ihn ich drücke dann einfach mal ja wieso 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 wirst du denn jetzt die jetzt hier weg kannst du noch verdrücken also lamalina morgen abend könnte man tatsächlich code names spielen warum schmeißt du da schon wieder c4 hin so frech mario party superstars oha was muss man da machen was ist denn mario superstar ich kenne mich in dieser höhle einfach nicht aus hier unten geht es aber irgendwie weiter irgendwo ist ein mennes also tun ne du hast ja zwei warum gibst du nicht einen davon ab das war knapp ist das der richtige weg das ist der richtige weg das ist nicht nett das ist ganz und gar nicht nett ich hoffe du spürst du jetzt noch ich noch tun ist immer böse egal was man tut vor allem ich stand doch hier genau am rand wieso sterbe ich da das ist doch das ist doch nicht da deren ernst erst mal die reichweitenanfallgestimmtheit nicht ganz ja ich merke schon so ich muss schon wieder was trinken aber da warte ich erstmal bis ich hier ins drop pot reinkomme sonst sterbe ich ja nochmal ja ich kann auch durch andere sachen sterben wie zum beispiel so einen blöden mennes so kommen auf 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 last mich rein so links rechts ich bin ein zwerg holt mich hier raus gleich im anschluss dazu gibt es gute zwerge schlechte zwerge nach mario party brauche man nicht spielen es gibt pummel party ist genauso gut und brutaler gefühlt hast du pummel party nur gar nichts es ist wie mario party nur halt für pc und so pummel party ist nicht müll das ist ganz toll wahrscheinlich wieder irgendwas kaputt gemacht oder so machen wir das mal aus ich muss jetzt hier noch meinen meinen driller promoten und dann haben wir es auch für heute monopoli ich hasse dieses spiel ich würfel zerstört ich würfel nur scheiße bei diesem spiel wir könnten ja auch uno spiel der uno habe ich nicht aber nur könnte man tatsächlich auch morgen spielen sondern ich kann es mir theoretisch holen ist ja nicht teuer kostet dann nur vier euro momentan könnte man prinzipiell auch uno spielen da würde sich der tun auch noch freuen auf jeden fall da wäre la malina sofort dabei also von mir aus kann man morgen auch einfach spielen wo wir das tun das ist mir egal wir können auch beides machen erst kommt dann ohne oh mein gott ja ich meine verdiene goldbeförderung für alle vier zwerge und was gehört sich zu batman natürlich bett metal haben kostet und werde ich sofort dabei und nochmal 0 unodos 3 ich meine meine jetzt noch eine runde ohne ich glaube dafür bin ich zufällig ja also könnte man morgen tatsächlich auch spielen also code names oder uno oder beides ich bin morgen relativ fertig also eigentlich habe ich morgen gar nichts ich kann morgen den ganzen tag zocken prinzipiell nur nicht ganz so spät weil ich mittwoch wieder arbeiten muss ja muss mittwoch arbeiten es ist ja nicht so schön doch ist es okay ist nicht ganz so stressig jetzt die wochen aber ich muss trotzdem ein paar sachen tun aufgabe für tun zähle die jahres bei jahr juli ja wir können einfach noch mal irgendwo offen discord oder so auf welchem mal bei mir auch auf und das konnte einfach machen wir sind ja alle bei mir 4 4 ist drauf lama ist drauf nur ist drauf können wir ja ich mache einfach gleich noch mal umfrage wer bock auf code names hat ansonsten spielen wir vier halt uno oder zu dritt oder zu zweit wie auch immer irgendwas wird man schon hinkriegen ich klinge jetzt mal hier aus macht das man auch mal schönen abend ebenso und mittwoch mongi bei wie wie ohne wie wie ist wie wie nicht da oder hat hallo dlc sie machen lobby kannst du gerne machen können uns dann hier bei mir auf dem discord irgendwie vergnügen hier an unserem channel und so tun leitet die lobby oha weiß nicht also so bock habe ich irgendwie nicht so richtig auf amongi gerade also ich fand tatsächlich letzte woche freitag richtig richtig anstrengend also ich glaube bei amongas bin ich also bin ich diese woche sowieso raus am freitag dabei ist immer wieder pause ich glaube auch ich wurde letzten freitag tatsächlich echt nur einmal von keine ahnung wieviel runden imposter ja also es war gar nicht so oft bis wann brosten du antwort höhe mittwoch also ich muss ich mir morgen mal überlegen ob ich hoffe ich dann mitspielen will oder nicht weiß weiß ich jetzt noch nicht so richtig morgen ja bis morgen abend kann ich dir bestimmt zu oder absagen also jetzt spontan wäre antwort eher nein aber vielleicht nachdem ich meine nacht war geschlafen habe kann man ja mal gucken wird dann einfach aber rolls gespielt oder normales oder was wird er gespielt danke schön für dein geschenk abo für den tun das hier kann man damit spielen nicht damit spielen damit spielt noch nicht so richtig als jahrs geschenk moment habe ich das denn nun verdient einfach so das ist der geist der weihnacht dass auch mal die bösen leute einfach etwas geschenkt bekommen gut ja dann würde ich sagen wollen wir noch an irgendwen sagtest du die bösen leute ja die bösen leute und du bist ein ganz böser mensch wo wollen wir denn noch hin morgen wohin reden wen hättet er gern weg wie weg du bist jetzt weg oder wie weg 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 also was haben wir denn hier wir haben hier jemanden der monster hunter world spielt world of warcraft nee wir wollen weg wie weg werde euch jetzt weg ganz einfach aber ich weiß noch nicht wohin sehe nur faru spiel auch world of warcraft warte mal bei mir hat sich gerade die liste aktualisiert der erste ist da der erste ist auch da ja also ich sehe hier kater droide da waren wir schon öfter ich weiß nicht ob ihr da schon mal wart der spielt monster hunter genau der erste hat eigentlich genug leute wenn dann eher eher an kleinere ich weiß nicht kennt ihr connor xdd der spielt gerade auch world of warcraft vielleicht sogar mit faru zusammen und herste das kann natürlich auch sein wer denn sonst noch wenig ja faru hat sonst konnor xdd der hat mit das onkelchen schon öfter was gemacht und anscheinend auch among us oder so war vielleicht auch schon mal mit dabei allen habe ich getroffen auf der dream hack in hannover einmal kurz online kommen also wo wollen wir in konnor oder erfahrung kann man ja beide zumindest irgendwie mehr oder weniger genshin impact das habe ich auch irgendwann mal gespielt das auch schon wieder ewig her also wen hättet da gern faru oder konnor oder wenn habe ich noch kater droide den ihr wahrscheinlich nicht kennt der aber monster hunter world spielt sagt an oh ich habe caps lock an meine entscheidung auch leute ach dann nehmen wir mal konnor den habe ich noch gar nicht geradet gibt es simpson angebot keine ahnung sims ist auch etwas das werde ich glaube ich nicht mehr im leben spielen das ist nichts mehr was ich mal anfangen werde so dann schicke ich euch jetzt einfach mal zu konnor xdd ich hoffe mal dass ich ihn richtig geschrieben habe das sieht gut aus und ja dann wünsche euch viel spaß bei ihm und world of warcraft wir sehen uns dann vermutlich morgen abend wieder mit codenames uno oder bat auch immer und wird es dann sehen gute nacht euch und ja lasst schöne grüße bei konnor da und bis morgen oder so